In den letzten Wochen habe ich immer mehr LinkedIn-Posts dazu gesehen, dass die Reichweite bei zahlreichen Leuten gerade in den letzten Wochen extrem gesunken ist. Und da stellt sich natürlich die große Frage, ob das mit dem letzten LinkedIn-Algorithmus zu tun hat oder nicht. Wir haben tatsächlich den Trend vor ein paar Monaten auch bei uns beobachtet und haben ein paar Sachen wirklich signifikant an unserer Content-Strategie geändert. Und das positive Ergebnis ist, dass wir es wirklich geschafft haben, vor einer Woche den Meilenstein von 2 Millionen Ansichten in den letzten 365 Tagen zu knacken. Das haben wir tatsächlich noch nie mit dem Content geschafft und das ist zurückzuführen auf ein paar grundlegende Änderungen an unserer Content-Strategie. Welche Änderungen wir gemacht haben und wie du diese für dich auch umsetzen kannst, erfährst du in dieser Folge. Sieh dir die Folge unbedingt bis zum Ende an, wenn du wieder mehr Reichweite mit deinem LinkedIn-Content erzielen willst. Bevor wir heute starten, möchte ich mich ganz herzlich bei allen Abonnentinnen und Abonnenten von diesem Kanal bedanken. Wir sind auf dem besten Weg zu 10.000 YouTube-Abonnenten. Die Hälfte haben wir schon mal geschafft und insofern vielen, vielen Dank dir. Und es gibt coole Neuigkeiten und zwar geben wir zum ersten Mal unsere interne Algorithmus-Checkliste kostenfrei raus. Dort sind über 30 Tipps und Tricks drin, um virale LinkedIn-Posts zu schreiben. Wenn du dir die noch nicht gesichert hast, sicher sie dir kostenfrei, solange sie noch verfügbar ist. Link dazu findest du hier direkt unter dieser Folge. Wir springen in die Folge rein und das erste, was ich dir zeigen will, ist wirklich, wie gut unsere LinkedIn-Content-Strategie funktioniert und wie verlässlich auch. Ein schönes Beispiel dafür war Daniel Bittmon, der in die Zusammenarbeit mit uns gekommen ist, weil er wirklich einen weiteren Lead-Kanal als Agentur mit LinkedIn erschließen wollte und sich natürlich direkt an die Profis gewandt hat und gesagt hat, Hey, ich brauche eure Unterstützung. Ich möchte gerne LinkedIn für uns knacken. Und da mussten wir natürlich direkt im ersten Post beweisen, dass wir unser Handwerk verstehen und hat direkt diesen viralen Hit gelandet mit fast 40.000 Ansichten, was extrem cool zu sehen war, dass auch am Ende Content nicht ewig braucht, um Reichweite zu bekommen, sondern man muss am Ende verstehen, wie Content funktioniert auf LinkedIn. Ein weiteres Beispiel war Achim, hat auch die 10.000 Ansichten geknackt mit einem Post, was immer so eine magische Grenze ist. Gleiches Spiel bei Wolfgang hat sogar 100.000 geknackt. Tobias hat 13.000 geknackt. Frank hat 13.000 geknackt. Erik in dem Fall über 100 Likes und Rebecca über 350 Likes. Das Ding ist, dahinter steckt ein System. Und das ist das Coole, worauf ich auch immens stolz bin, denn das werde ich dir in dieser Folge jetzt zeigen, welche vier Schritte du brauchst, um Reichweite aufzubauen und zahlende Kunden am Ende über LinkedIn zu gewinnen. Weil das ist immer das Spiel, was wir hinbekommen wollen. Zum einen Reichweite in der Zielgruppe, darüber baust du Vertrauen auf und dann die Leute konvertieren. Schönes Beispiel war tatsächlich der Agenturgründer Dennis, der sich an uns gewandt hat, weil er über zwei Jahre auf allen Social Media Plattformen gepostet hatte, war auf Facebook unterwegs, war auf Instagram unterwegs, war auf LinkedIn unterwegs. Aber es passierte einfach nichts. Und dann stellt man sich natürlich irgendwann die Frage so, mache ich Content Marketing weiter, ja oder nein? Oder suche ich mir nochmal Unterstützung und lasse mir zeigen, wie ich das Ganze auch konvertiert bekomme? Und er hat sich für Option 2 entschieden, hat gesagt, hey, ich möchte gerne Unterstützung von euch, zeigt mir bitte, wie das Ganze funktioniert. Und das Coole war, was wirklich innerhalb von vier Monaten passiert ist, werde ich dir jetzt zeigen, mit den Sachen, die wir gerade an seiner Content Strategie verändert haben. Denn das ist der coole Beweis, wie gut die am Ende funktioniert. Ganz, ganz wichtig, wir lassen immer die Firmenseite unberührt. Das bedeutet, die kannst du wirklich vergessen, die gesamte Strategie und die Content Strategie, die wir tun, machen wir mit dem persönlichen Profil. Und das ist auch immer das Erste, was wir mit Kundinnen und Kunden uns anschauen, wirklich das LinkedIn-Profil zu optimieren. Das bedeutet, da gibt es Videos dazu, wo du nochmal in die Tiefe reinspringen kannst. Ist, glaube ich, sogar mein beliebtestes Video hier auf dem Kanal und auch als Podcast-Folge, wo ich wirklich jede Sektion durchgehe. Das war aber auch das Erste, was wir mit Dennis gemacht haben, wirklich sein LinkedIn-Profil zu optimieren. Und dann ging es schon in den Content rein und tatsächlich, vielleicht kennst du sogar diese Kategorien, die ich dir jetzt vorstellen werde. Ich bin extrem stolz darauf, dass wir vor über vier Jahren, ich das ganze Framework, was du jetzt hier sehen wirst, gemeinsam mit AC am Whiteboard in Hamburg entwickelt habe. Und ich das Gefühl habe, dass es wirklich der Branchenstandard in Deutschland auf LinkedIn geworden ist. Ich glaube, jeder hat die Kategorien, die ich dir gleich vorstellen werde, schon mal gehört, was mich immens freut, weil es am Ende das Thema Content auf LinkedIn nochmal einfacher gemacht hat, zu verstehen, welche Kategorien es eigentlich gibt und warum die so wichtig sind. Schritt Nummer eins, was wir auch mit Dennis gemacht haben, ist Expert-Content zu entwickeln, am Ende um seine fachliche Kompetenz zu beweisen. Die Grundidee dahinter ist eigentlich, und das ist so fundamental, aber auch so extrem wichtig, nicht darüber nachzudenken, worüber könnte man heute mal posten, sondern was interessiert deine potenzielle Zielgruppe oder deine Wunschkunden. Weil ich glaube, wir sind uns einig, jeder hat eine Kundin oder einen Kunden, mit denen es richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten, wo das Geld stimmt, wo die Zusammenarbeit stimmt. Und davon hätte man natürlich potenziell gerne mehr. Und was ich irgendwann gemacht habe, keine Avatare irgendwie groß zu bauen, sondern ich habe mir immer eine Kundin oder einen Kunden geschnappt aus der Zusammenarbeit und gesagt, davon möchte ich mehr haben. In dem Fall habe ich mir einfach ein Bild von Dennis geschnappt und gesagt, hey, von Dennis möchte ich gerne mehr haben und habe mir dann immer die Frage gestellt, welche Inhalte würden Dennis interessieren? Und das macht es halt deutlich leichter und weniger theoretisch. Das, was man bei Content unbedingt mitnehmen sollte, ist, dass Content eigentlich wie ein Magazin für deine Kunden ist. Und das ist so simpel, dieser Vergleich, aber auch so wichtig, dass man wirklich den Leuten gedanklich Inhalte gibt, die sie interessieren und es auch thematisch um gewisse Themen sich dreht und du nicht jeden Tag um was anderes schreibst. Man weiß, was im Impulse, worum es da geht, man weiß ganz genau, worauf man sich im Business Punk einlässt und in der JQ auch. Und so musst du es auch sehen, weil am Ende greift dann das Resonanzprinzip, du ziehst die Leute an, die sich für genau diese Themen interessieren und das ist ja auch das, was du am Ende haben willst. Was ist jetzt Expert Content genau und warum ist er so wichtig? Fachliche Inhalte sind das Fundament jeder Content Strategie. Du musst deine Expertise zeigen, es ist wichtiger denn je, heute zu beweisen, dass man wirklich am Ende was auf dem Kasten hat und gute Arbeit macht. Und das Beste, was du machen kannst, du zeigst deine Kompetenz und gibst deiner Zielgruppe erste Tipps und Tricks. Das ist tatsächlich auch das, was du zum Beispiel mit YouTube-Videos oder mit Podcast-Folgen machst, dass du auch dadurch bestenfalls schon die ersten Tipps und Tricks mitnimmst, umsetzt, Erfolge erzielst und merkst, krass, das, was Robert erzählt, funktioniert ja. Und genau das Gleiche willst du natürlich auch hinbekommen. Und am Ende versteht auch deine Zielgruppe, was du ganz genau machst und das wirst du gleich bei den anderen Kategorien sehen, dass man natürlich auch die Leute auf deinem Profil landen müssen, in deinem Content landen müssen und verstehen müssen, was du eigentlich tust. Und manchmal ist das der Fall, dass ich bei Leuten auf deren Content gucke und nur Bahnhof verstehe, was sie eigentlich tun und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Expert Content ist ideal, um genau die richtigen Kunden für dein Angebot anzuziehen. Er ist aber nicht dafür da, um wirklich magisch Reichweite zu bekommen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Hier geht es wirklich darum, einen guten fachlichen Eindruck zu hinterlassen, erste Tipps und Tricks mitzugeben und fertig. Und das war auch der erste Schritt, den wir wirklich mit Dennis gemeinsam gemacht haben. Hier gab es die Ausnahme, dass er wirklich gesagt hat, hey, ich möchte gerne auf die persönliche Schiene gehen und hat direkt mit persönlichen Bildern gearbeitet, auch bei den fachlichen Inhalten. Das ist kein Muss. Hier kann man auch zum Beispiel mit Infografiken arbeiten oder mit Statistiken arbeiten oder mit spannenden Auswertungen irgendwie arbeiten. Wenn man den Extraschritt gehen will, weil es einfach eine persönliche Plattform ist, kann man es direkt wie Dennis machen und wirklich dort auch persönliche Bilder hinterlassen. Das, was du jetzt hier siehst, ist, und das ist eigentlich ganz spannend, dass Dennis damit keine Raketenreichweiten erreicht hat, 11 Likes, 17 Likes, 20 Likes, aber natürlich in einer super inaktiven Zielgruppe eigentlich unterwegs ist, weil er mit Geschäftsführern von mittelständischen Unternehmen zusammenarbeitet. Und bis die mal liken, wissen wir selber, muss ziemlich viel passieren. Das Spannende ist, es gibt eine coole Regel, die 90-9-1-Regel. 90 Leute sehen deine Posts, 9 interagieren damit und eine Person postet. Das bedeutet, wenn du 11 Likes hast, hast du immer noch 90 Leute, die das gesehen haben. Und das ist eigentlich das, was wir haben wollen, für die stillen Leser den Content zu machen und sich am Ende deshalb auch nicht verrückt zu machen, dass der Content nicht viele Likes bekommt. Das bedeutet, durch den Expert-Content von Dennis haben Menschen erste Tipps erhalten und verstanden, was er beruflich macht. Und das ist immer das Fundament. Da solltest du trittsicher sein, in deiner Expertise unterwegs sein und den Leuten zeigen, welchen Mehrwert du ihnen einfach liefern kannst. Jetzt fehlt natürlich Reichweite und das ist auch das große Problem, was ich immer wieder gesehen habe bei Kundinnen und Kunden, die irgendwie ihr Leben lang in dieser Expert-Blase sozusagen bleiben oder nur fachliche Inhalte bleiben, dass man irgendwann an den Deckel kommt, weil es einfach thematisch meistens nicht gigantisch viele Leute interessiert. Und da kommt das Spiel ins Spiel Social Content und durch die Kreise sozusagen zeigen wir es auch, dass man möglichst viele Kontakte in der Zielgruppe erreichen will. Das Coole ist, dass da der Algorithmus von LinkedIn tatsächlich eine Besonderheit hat, die kaum eine andere Plattform hat, dass man nämlich mehr Kontakte mit seinem Content erreichen kann, als man hat. Das bedeutet, du kannst 500 Kontakte haben, aber mit einem LinkedIn-Post, wenn du weißt, wie es geht, 40, 50 oder 80.000 Ansichten bekommen. Daniel Bittmann war ein gutes Beispiel, hatte ein paar tausend Kontakte, aber keine 40.000 Kontakte und trotzdem ist der Post viral gegangen, hat 40.000 Leute erreicht und das ist das Beste, was passieren kann. Und jetzt die Frage, was ist eigentlich Social Content und ich glaube, die meisten Leute verstehen das tatsächlich falsch. Es geht nicht darum, dein Mittagessen irgendwie zu posten, sondern es geht darum, wirklich über andere Dimensionen zu kommen, die auch einfach mehr Menschen interessieren. Das können die eigenen Werte sein, das können Erfahrungen sein, die man erlebt hat, das können spannende Erkenntnisse sein, die man unternehmerisch erlebt hat. Es müssen einfach Themen sein, die mehr Leute betreffen, als die fachlichen Themen, die man bekommt. Und die große Chance, die man einfach hat, ist wirklich seinen Namen in die Welt zu bringen und das ist auch immer der größte Punkt, den ich versuche rüberzubringen. Wie soll jemand bei dir eine Anfrage stellen, wenn er noch nie deinen Namen gehört hat? Und genau das kriegen wir mit Social Content hin, dass möglichst viele Leute wirklich deinen Namen das erste Mal hören. Und auch dazu habe ich zahlreiche Videos, wie man wirklich die Themen rauskitzelt, die eine perfekte Kombination sind aus Persönlichkeit, aber auch immer einen Businessbezug haben. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ganz genau weiß, wie man diesen Dreh hinbekommt. Und das war das Coole, genau das haben wir auch mit Dennis gemacht. Und da hat er die ersten Hits gelandet mit irgendwie 100 Likes, mit 50 Likes und plötzlich in Regionen von 5000 bis 10.000 Ansichten gewandert ist. Und das hat natürlich viele Leute auch auf sein Profil gebracht und das ist genau das, was wir damit auch hinbekommen wollen, wenn man ganz genau weiß, wie Social Content funktioniert. Das bedeutet, durch Social Content hat Dennis seine Zielgruppe weit über seine bestehenden Kontakte hinaus erreicht und in seinen Kosmos gezogen. Das Coole ist, du kannst das mal beobachten, wenn du einen Post likest auf LinkedIn von einer Person, kriegst du meistens in den nächsten Stunden und das nächste Mal, wenn du durch den Feed scrollst, weitere Beiträge von der Person. Und das bedeutet, das passiert in dem Fall auch, die Leute liken vielleicht einen Social Post, kriegen dann aber mehrere Expert Posts von dir. Und das ist natürlich eine coole Möglichkeit, um den Leuten ganz genau zu zeigen, was du eigentlich tust. Jetzt kommt natürlich der dritte Part so, hey, ich habe viel Reichweite, ich zeige regelmäßig meine Kompetenz und trotzdem meldet sich kein Mensch bei mir. Und das ist tatsächlich häufig der Fall, wo sich Leute auch bei uns melden, die regelmäßig solche viralen Hits schreiben, aber sagen, Robert, das bringt mir ja alles nichts, wenn ich keine Anfragen bekomme. Und da kommt tatsächlich die dritte Kategorie ins Spiel, der sogenannte Conversion Content. Und ich glaube, diese Kategorie haben wir damals auch für uns egoistischerweise eigentlich entwickelt, weil ich dachte mir, Content ist irgendwie cool und ich kann auch jahrelang Social Content machen und Expert Content und trotzdem meldet sich kein Mensch bei mir. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was so passieren kann, weil wir natürlich auch über die Plattform Leads, Termine und auch Kunden gewinnen wollen. Das bedeutet, was ist eigentlich Conversion Content und warum ist er so wichtig? Wie willst du Anfragen und Kunden gewinnen, wenn du nie über dein Angebot oder deine Projekte sprichst? Du musst einfach zeigen, was du ganz genau tust und du musst den Leuten auch aufzeigen, was der nächste Schritt ist. Zum Beispiel einen Termin buchen, bei einem Training dabei zu sein und sich etwas runterzuladen. Und durch diesen regelmäßigen Conversion Content kannst du dann planbar Anfragen und Leads generieren. Der Unterschied zu Expert Content ist, dass wir jetzt Leserinnen und Leser einen konkreten nächsten Schritt machen lassen wollen. Und du siehst es hier in dem Beispiel, zeigen eine Case Study, zeigen ein Kundeninterview und sagen, hey, wenn du mit uns auch zusammenarbeiten willst, dann buch dir einen Termin, lass uns sprechen, schauen, wo du stehst, gucken, ob wir helfen können und dann geht es weiter. Und das ist halt das Coole, weil wir über die Zeit zahlreiche Formate entwickelt haben, wie Conversion Content aussehen kann. Es ist die absolute Königsdisziplin, haben auch Dennis gezeigt, wie das Ganze funktioniert, weil das wirklich etwas ist, wo sich die meisten die Zähne dran ausbrechen und man wirklich wissen muss, wie das Ganze funktioniert. Das Coole daran ist, wenn man das Konzept aber einmal verstanden hat, kann man wirklich durch Conversion Content seine Reichweite in Leads, Termine und Kunden umwandeln. Und das Coole war, dass wir zusätzlich Dennis gezeigt haben, wie er wirklich durch sympathische Direktnachrichten die Leute, die er über den Content aufgewärmt hat, auch in Termine holen konnte, sodass er nicht nur Anfragen über sein Content bekommen hat, sondern auch natürlich über Nachrichtentermine vereinbaren konnte. Und ein cooles Beispiel für Conversion Content haben wir ein paar Wochen später auch bei Daniel hingelegt, haben auf der rechten Seite einen Post gemacht, wo sich die Leute etwas kostenfrei runterladen konnten. Über fast 300 Leute haben kommentiert. Er hat, glaube ich, über 120 qualifizierte Agentur-Leads eingesammelt mit diesem einen Post. Fast 20.000 Ansichten, das Ding, und das haben wir jetzt mehrmals wiederholt, um die Leute von der Plattform runterzubekommen und wirklich in die eigene Welt, in den eigenen Funnel sozusagen zu bekommen. Und was ist jetzt nach der Umsetzung passiert? Wenn du alle drei Kategorien richtig triffst, und das ist wirklich das, was ich immer wieder merke, auch in der Zusammenarbeit mit Kunden, dass sie eine grobe Vorstellung haben von dieser Kategorien, aber nicht ganz genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man wirklich alle Kategorien trifft, hat man relativ viel Spaß, weil Dennis Content hat endlich Reichweite bekommen. Die Leute haben endlich verstanden, was er eigentlich inhaltlich tut. Und das hat sich relativ schnell auch ausbezahlt gemacht, weil er hat in vier Monaten über 108.000 Angeboten, in Angeboten gegenüber anderen Unternehmen, und 48.000 Euro Umsatz direkt abgeschlossen. Und das war wirklich erst der Anfang. Und das Coole daran war, dass er bereits zwei Jahre das schon gemacht hatte, Content gepostet hat. Und ich glaube, viele in dieser Hoffnung einfach leben, dass man einfach nur posten muss, posten muss, posten muss. Man muss aber wirklich diese drei Kategorien treffen. Du brauchst Reichweite, du musst deine Kompetenz zeigen, und dann vor allem musst du wissen, wie du deine Aufmerksamkeit auch konvertiert bekommst. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum sich Dennis bei uns gemeldet hat. Und es unglaublich schön zu sehen ist, was da draus geworden ist, wenn man diese Content-Strategie wirklich sauber umsetzt. Größtes Learning, was ich dir wirklich nur mitgeben kann, ist, wenn du Kunden über LinkedIn gewinnen willst, musst du Content erstellen, den Algorithmus liebt. Weil wirklich möglichst viele Leute müssen am Ende wissen, wer du bist, was dein Name ist, und dann musst du wissen, wie du die Leute konvertiert bekommst. Wenn du Lust hast, genau diese Content-Strategie wie Dennis umzusetzen und alle Tools dafür zu bekommen, sowohl den perfekten Content-Plan als auch Vorlagen für diese drei Kategorien, wo wir dir ganz genau zeigen, wie du diesen Content erstellst, dann sieh dir unbedingt mal unsere Social Leads Academy an. Die kannst du im Moment noch 14 Tage komplett kostenfrei testen. Du kriegst Zugriff zu unseren besten LinkedIn-Tools und wir zeigen dir wirklich Schritt für Schritt, wie du diese Content-Strategie für dein Angebot umsetzen kannst. Klick auf den Link hier unter dieser Folge, sichere dir deinen Platz in der Academy und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Workshop dort. Würde mich freuen. Bis dann.